grüßt euch leute mal wieder neues video alles noch drin was ein glück ja 20 euro mache ich hier rein sieht man ja was soll ich sagen hallen haben glaube ich überall wieder offen wart ihr schon wieder zocken würde mich interessieren neuer blickstuhlstaatsvertrag ist auch in kraft wird das bei euch auch so umgesetzt mit diesem einen gerät oder gibt es da hallen die da bisschen drüber hinweg schauen das würde mich auch mal interessieren und ja ansonsten wer bleibt standhaft und geht nicht zocken ich meine sieben monate konnte man nicht spielen und es ging auch es ging sehr gut also theoretisch muss es jetzt auch gehen das sind so meine fragen ja das video viel durcheinander also verschiedenes was ich da gespielt habe seht selber und ist ja typischer alltag so hohe summen das gibt es halt nur wirklich wirklich selten also machts gut und auch mit kleinem zufrieden sein und am besten gar nicht zocken gehen schöne hobbys suchen und euch was cooles kaufen und etwas gönnen machts gut bis demnächst noch einer ist weil es hier ja ausnahmsweise nicht ebel tja echt nett bisschen geld raus 50 auf jeden Fall raus 2 spiele goldsteuert schauen wir uns das ganze mal an mein nächstes bild wenn er hier das goldsteuert reingeballert hätte das wäre ein hammer jawohl zweimal sehr schön soviel habe ich schon mal nicht mehr mit der zone gewonnen läuft echt schlecht in letzter zeit jetzt fehlen heute die goldsteuert aber naja jetzt sind zwei drehungen plus zwei spiele so jetzt zwei reguläre 1 wenn er noch eins gibt dann ist ja super genau da wo schon einer war ist ja klar nix kaum wenigstens nochmal hinten nein ein spiel noch ist ok könnte schlimmer laufen also ich meilt mich falls etwas kommt so ich habe einfach auf 60 weiter gespielt und dann einfach mal auf 80 gestellt und ist reingekommen aber ihr wisst ja dieses spiel kann auch erfüllt gar nix geben auch auf während einsetzen ja immerhin 2,40 ich mein könnte schlimmer laufen man weiß nie wow muss mal kurz buchen nebenan das ist schon mal geil weil es nächste mindestens 8 Euro gibt für eine 3er Könige oh sogar 40er geil Schreispielzigarette ja ihr könnt das Pferd oben ist ja auch geil immer die 3er Pferde oder Burgen sind immer gut wenn die Halten an seinem Leben mittleres Schwert ich meine Spiele noch ja sehr schön sonst braucht es ja eine Verlängerung großes Schwert immerhin noch 4 Spiele plus 3 mal Schwert so jetzt 4 reguläre Spiele großes Schwert ja braucht natürlich gar nichts kommen ich weiß nicht aber zur Zeit ist echt schwer mit Verlängerung 3,2 noch einer ja jetzt kommt ja genau das Wappen na klar jetzt lass mal mal ein bisschen laufen ich glaube ich noch 1 Euro paar Runden falls was kommt melde ich mich ich möchte hier nicht so alles aufnehmen lass mal hier Winkum nebenan spiele ich Magic Mirror und natürlich auch gleich was auscashen also Leute bis nachher Ciao Ratenkaps glaube ich auf 40 oder 50 50 ja und direkt nein auf 17 Euro da gezahlt aber gut Schwerter gegeben mal gucken hat jetzt nicht viel gefressen oh jetzt kein Schwert vielleicht jetzt ne oh das sieht schlecht aus das sieht schlecht aus mittleres Schwert nur 3 Spiele ja plus Schwert jawohl mal guck mal was noch ein schönes Bild hier macht nein nur ein 10 verlängert also mit Schwert meine ich ne richtige Verlängerung ist echt Schwert da hat es gibt Tage da kriegt man eh mal Verlängerung also ich lasse jetzt 80 Cent laufen und vielleicht geht er nochmal rein bis nachher vor dem nachher auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, man. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.